Flugzeug gesichtet, aber... Was? Nordosten Oh, komm, komm, komm! Oh, da sind zwei Leute die gleiche Idee. Oh, hier links ist Helo und ich bin Schütze! Ach du Scheiße, fahr weiter, er ist hinter uns. Äh... Hinten auf der Straße. Reste Seite. Ihr Füßungsfahrzeug, Munition runter. SF1 ... ... Det dauert Ja, wir müssen südlichen Eingang von Rassmann sein. Wir brauchen noch einen Medic. Irgendjemand hat jetzt draußen noch Mord von dem Uppi. Ja, das ist der Wolf. Na. Danke, Bär. Kein Problem. Happy, kriegst du mehr Wolf. Brauchst du noch Mord von dem Uppi. Willst du jetzt haben? Warte, gebe ich mir selbst. Okay. Gebe ich mir selbst, kümmere ich um die Rest. Ist da drüben schon ein Medic? Oder muss ich rüberkommen? Ich gehe rüber, Bam. Was ist denn da? Oh crap, Magazin da drin. Smoke, Cover. Magst du die andere Stahlseite decken? Wir brauchen einen Medic. Ich bin Medic. Hier, hier am Vater. Feinfahrt euch. Ja. Morphium, Achtung. Nicht bewegen. Maxi, du oder wer? Ja, ja, ich Max. Ich bin der Max. Da helfe ich mich. So Blutung gestoppt. Morphium ist gegeben. Damit ist es noch nackt. Schuss noch nackt. 1. 2. 1. 1. 2. 1. Wir haben fliegen zu lange! Pass auf! Pass auf! Der PLP Jeep! Der rutscht langsam verwandt! Es ist jemand von mir und soll ich schauen, dass ich mich nicht verstehe? Ja, das ist anscheinend ziemlich... Was? Bin ich schon geheilt? Wenn nichts blutet, dann steig ich wieder an! Ja, es blutet nichts! In welchem Jeep? Feind Jeep! In Feind Jeep! Der ist der einzige mit der Waffnung, soweit ich weiß! Okay, brauchst du noch irgendwas? So weit, so gut! So weit ich locken kann! Wunderbar! Ja, laden! So! So weit! Mila ist tot! Nein, gibt noch! Nach vorne, Deckung! Kicksus besteht gleich nur noch aus der Band! Wir sind! Wir sind bei mir! Berliner, du bist zurück! Ich geb LP, gib du ihm aufhören! Mach ich! Okay! Die LP hört! Wurde auch getroffen! Wurde auch getroffen! Fertig! Wurde auch getroffen! Wurde auch getroffen! Wurde auch getroffen! Okay! Bäm! Du bleibst hier! Ich bin mit SF1 nach am Leben! Ich bin mit SF1 nach am Leben! Ich bin mit SF1 nach am Leben! SF1 nach am Leben! Ja, hier! Wir müssen die Noten abholen! Bitte Position markieren! Ich bin seit Händen! ECO, bitte komm! Okay! ECO! Jetzt lag ich Stefan! Ich hab mich erledigt! Alles klar! Jo! Krieg sie! Ok, aber den haben wir in unserem Fahrzeug. Los, wollen wir den Floten ab. Mach' wir Hilfe? Los rein hier. Hilfe! Ich weiß, bin ich da. Keine Angst. Geht vielleicht mit Hilfe. Bin ich tot? Nein. Leider nicht. Du kommst hier noch mit mir. Eko, wo seid ihr? Hallo? Nein, du bist hier tot. Alles läuft. Nein, nein. Kein Ab- und Befehl. Geh' dich lieber um die Ecke. In die Ecke leh' mich gleich. Genau. Ja, genau. Ich geh' dich denn bei der Arbeit hier. Kein Hand. Es ist zuf. Geht rein wieder. Bei Waypoint 8. Ja, du brauchst den Bus, ja. Für mehrere Zeit. Alles klar. Wenn du nicht mehr laufen kannst, sagt du nicht. auch wie heilig um erklärt sie meiner oder so ist erdruckt und rechts daneben und da gibt es oder eigenversorgung auf deutsch keine ahnung wie es bei dir ist dann erste Hilfe du hörst jetzt auch nur wenn du laufen kannst sparte die Päckchen wieder und wenn ich jetzt mal auslaufe, kann ich es von den Täter heilen und maximilien, ich brauche dann mal schnell deine Unterstützung deckst du bitte jetzt gleich nach rechts vornere Ecke nach rechts, ich brauche das Fahrzeug hier ein bisschen nach rechts verstanden deck mal schnell und auf geht's ich brauche das ich brauche das direkt in der Wienfahrt zu zahlen okay haben wir da drüben verbunden? ich glaube nicht ne nur Mila der tot ist aber ich höre jetzt schreie relativ nahe gegen unsere Infanterie ich unterstütze mal FAMOS auf der Seite hier ich unterstütze mal FAMOS auf der Seite hier es haben wieder Respekt es ist der Ort haben sie Respekt? ne es ist der Ort hier ist der Fein sie haben die Blutnein gesackt und sind wieder auf den Weg korrekt wir sitzen mit Stefan auf den Weg Mila ist tot, das weiß ich und hier ist ein und hier ist ein und hier ist ein und hier ist ein ich bin in ich bin SF3 oder der Rest ist SF3 wie ich jetzt ja ich hab die Piloten mit BAM! Sunny zu den Piloten mal zieh mir die an ja okay wunderbar wir könnten bewusstlos sein bleib da wo du bist und nicht da zu viel bewegen ja ich bin rechts von dir ja oh man jemand hat ich habe ich weiß mit es ist korrekt das ist vor allem zu tun neben dem Und der Rüstenauto. Alles klar. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das zweite Mal, wo wir an der Rüsten kamen, das Bündner scherzert. Der Rüsten mit dem Schild am Einsatz. Da können wir was loswer machen. Und am dritten Mal haben sie irgendwann ein Starter Schuss oder ein paar kanziges Fahrzeug. Basta runterkriegen. Ah ja. Die Rüsten könnte dann noch ein Pferd machen. Ich hab keine Ahnung. Und dann haben wir ein Pferd machen. Meine Gewehr genauer von außen. Die Leute führten sich ab und zu die Fahrzeuge. Dann sind wir ins KC zurückgekommen. Dann sind wir ins Freien gefahren. Ich hab's nicht mitbekommen, weil ich bewusstlos war. Und so weiter. Und das coolste war aber eigentlich, da wir mit dem Blackhawk abgestürzt sind und zu euch gelaufen sind, wurden wir von einem von euren 1G-Schützen ja Gnaden gebeten. Ja, ja. Der Max. Ich hab vielleicht noch auf einem Heats geschossen. Wie sieht's mit eurem Auto aus? Ist das ganz? Ja, wir können fahren. Okay, äh, SF2. Was von übrig ist gar nicht. Wir nimmst den hier an der Strasse. Oh, ah. SF1, wir steigen in den hier. Das ist auch noch Platz. Bei Stefan hier, hier vorne. Hi. Hi. Wir sind richtig böse aus. Alle verletzt hier an meinem Auto hier. Partymobil. Alle. Äh, Coach, ich fühl mich wie der Pilot von Blackhawk Down. Ohne Scheiß. Alle aufhüpfen, alle aufhüpfen. Und ich bin wirklich... Ich hätt' können mit den Reifen bin ich oben über die Baumkronen gerollt. So tief bin ich geflogen. Es sah schon geil aus, als der Blackhawk runter ist, du. Ja, es sah natürlich nicht so schöner aus, als unsere eigene Gatling-Kanon auf euch geschossen hat. Nein, das fand ich nicht so gut. Wollt euch noch retten, aber den Lid-Holter hat nämlich dann nicht mehr gekriegt. Okay, go, go, go. Rennig du zuerst an der VAP zu 4. Ist das da vorne gar nicht, oder wer ist das? Da gibt es ja in der VAP. Okay. Da, ich nehm hinterher. Schrittgeschwindigkeit, oder was? Oh, oh, oh! Bitte Vollgard, bitte Vollgard! Du bist schon auf meiner Fettengarten. Mein Güte. Nein, Berlin, dann sollen wir dich gleich aus dem Landesfliegen. Ja, wir müssen noch mal machen, Mann. Ich dachte, wir wollen in die Basis, wo fällt er denn hin? Ja, mich schon nicht. Ja, irgendwie kommt das VIP-Fahrzeug von uns dahin. Nee, wir sind im VIP-Fahrzeug. Ah, er hat seinen Fehler bemerkt, okay. Alternativ-Router eingeschlagen. Ja, ich war natürlich auch nur blöd hinterher, ne? Ist ja klar. Ja, wenn der erste falsch fällt, wenn der andere dann auch falsch fällt. Mensch, heiße damit Schwung, wie man bei der Armee sagt. Ja, wäre ja auch ein bisschen böse, wenn der Konrad geradeaus fährt. Das zu schützende Fahrzeug dann einfach mitten in der Linke links. Ja. Hallo, komm ich schon. Hallo, komm ich schon. Ja, das ist ein Zwischengaschen. Da ist ja auch ein bisschen sicher. Ja, da ist ja schon auch schon sicher. Ja, da ist ja auch schon sicher. Ja, da ist ja sicher, kann der nicht ja auch schon sicher sein. Ja, wo ist der, der Satär, der eben die Kiluten geschossen hat? Was? Wo bist du, Claudia? Genau, Max. Du, Max! Ja, ich hab zwei Piloten niedergemäht. Kodiak, wo bist du denn? Ja, das war ich und Grünsekatze. Bei mir sind keine Meldungen an Eingangern über EIGETRAL in der Gelände. Ja, das ist echt sauer. Wir haben noch, Desnation und Kodiak sind noch im Moschee-Turm. Wir müssen noch mal zurück. Ja. VIP ist nicht dabei, VIP bleibt zurück. Ich geh mit. Na los, kein Mann wird zurückgelassen. Ich war auch mit. Also auf geht's. Zwei Mann finden wir. Aber ein Platz muss frei sein. Nee, zwei Plätze müssen frei sein. Wir brauchen also noch einen zweiten SUV. Okay, ich fahr den... Ja, wir auch mal. Hallo, hört mich immer? Ja, Kodiak sind auf dem... Mir hat vorhin keiner gesagt, dass es Algen ist. Da hab ich sie geschossen. Hallo? Ja, wir hören dich, wir kommen. Der ist auf Alta, der ist frei. Ja, super, von XFL, das war super. Wir melden. Wie viele sind wir drin? Kodiak und Destination, Destination schon verletzt. Wer sind die übersehen? Wir? Ja, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass sie sich aus dem Staub gemacht haben. Kein Headcount, hä? Ja, ich hab's gut. Geh raus aus der Karre. Ich hab' den Moschee-Turm überhaupt. Mach' hier der. Ähm, Medic ist Medic dabei. Ja, ich. Hier, Medic, hier. Okay, Steffen, geh mal hoch in den Moschee-Turm, Destination hat was abbekommen. Ja, ich komm mit dir mit. Ja, ich komm mit dir mit. Bluter Puser, oh, hallo. Moin. Wer verletzt? Warte, ich geb noch EB. Ja, ich geb. Moin. Hallo, Jung. Ich bin auch weit. Psych. Destination? Ja. Ja, ist wieder da, super. Oh, ist klar, kann er laufen? Ich hab' ein bisschen Fahrzeug nicht durchgekommen. Kannst du laufen, bisschen ich? Ja, kann er. Super. Gut, dann los. Nee, ich hänge hier irgendwie fest. Ja, guck doch mal nicht nach oben. Drück mal V oder wo? Ja, okay. Gut, vorsichtig. Danke dir. Okay, Achtung. Rüber, 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 rüber. Okay, los, alle rein in die Fahrzeuge. Jo, los. Wenn's voll ist, anderes Fahrzeug. Warte mal. Was ist das andere? Warte jetzt noch. Halt, ups. Stopp, stopp, stopp. Okay, go. Okay. Also, ich weiß nicht, was es ja noch war. Auf einmal, ich bin in den Turm rein und dann ist alles schwarz. Ohnmächtig geworden wahrscheinlich. Getroffen worden, ohnmächtig gewesen. Ja. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr. Wir kommen jetzt nicht schleichen. Ohnmächtig geworden, wahrscheinlich. Links. Also, es sieht so aus, wenn das halbe Team tot wäre, oder? Was? Nee, SF1 geht's eigentlich noch relativ gut. Wir haben, glaub ich, gar keinen verloren. Wieler ist tot. Ja, das ist aber SF2. Ja. Die alte Mumie. Da haben wir, haben wir die ein bisschen nach Höhe. Voll damit eigentlich. Wunderbar. So. Guck mal, die Gapanzer, da haben wir einen Kuhfänger davor. Wuhu. So, wir haben unsere Männer nur befreit. Ist, ist nur mein Mellick. Ich bräuchte mal einen Check-in. Alles klar. Ist jetzt, glaub ich, egal. Machen wir noch ein Wuppenfoto? Schreibt euch mal an die Wand. Ah, nein. Was? Wuppenfoto oder Wupperschießung, oder was? Jetzt bin ich dran, ne? Maximilian, an die Wand. Hahaha. Was? Ich weiß nicht, ich bin auch einfach gekippt. Da konnte ich gar nicht dafür. Leute, aufstellen für ein Foto. Ja, völlig gut getroffen. Und alle bitte die Waffen senken. Ja, Platz. Und nicht unbedingt alle auf ein Knäuel. Ja, ich komme hier hin. Ah, ist gut, Mensch. Mein arm, mein blutiger Arm kommt bestimmt gut. Ja, total. P-P-P-P-Heart. Komm mal heran hier. Und das dreimal. Die Links salutieren alle. Die steht hier so. Pasel, komm mal heran. Die salutier ich. Ich hab Angst vor dir. Mit R. Alle verwundet. Die, die stehen, ich will ja mal salutieren. Die, die stehen. Die, die stehen. Ist nachhaken. Die Raute, die Raute-Taste. Und? Da kommt noch einer. Super. Oder so. Geht gar nicht. Ich glaube, ich bin der einzige Unverletzte heute, oder? Ja. Oder war einer noch? Das heißt nur, dass du der feigeste warst. Ich wurde viermal angeschossen, Ganni. Ja. 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 Die, mi para. lot ham.